Musik Wir befinden uns in der märchenhaften norwegischen Fjordlandschaft. Hierher kamen sie, die ersten Touristen, vor über 100 Jahren. Musik Heute ist hier noch fast dasselbe zu erleben wie damals, weil vieles so ist, wie es war. Die wilde Natur und das einladende Hotel. Und hier kommen wir in unseren Sonnensalon. So nennen wir ihn an Tagen, wenn die Sonne durch die Fenster strahlt. Das Hotel Union Oeille wurde fertiggestellt 1891, am Ende einer blühenden Phase in der europäischen Architekturgeschichte. Das Besondere in der Zeit nach 1880 war, dass viele Stilarten miteinander verbunden wurden, zum Beispiel Neurokoko, Renaissance und Barock. Nach den Mahlzeiten werden die Gäste hier im Sonnensalon versammelt. Dort erzählen wir ihnen Geschichten, alte Geschichten von der Kindheit des Zourismus. Die meisten sind wahr, aber wir erzählen auch Geschichten, die nicht ganz so wahr sind, dafür aber sehr unterhaltsam. Es wird von Kaisern, Königen, Bergsteigern und berühmten Autoren erzählt. Jetzt sind wir in unserem Speisesaal. Um die Jahrhundertwende war das Hotel für Adelige und Angehörige höherer Gesellschaftsschichten ein besonderer Anziehungspunkt. Hier kann man vielleicht auch noch heute die Geschichte auf andere Weise spüren. Nun sind wir im berühmtesten Zimmer unseres Hotels, im blauen Raum. Laut Geschichte unseres Hauses hält sich hier das Hausgespenst auf. Es hat für diesen Raum ein und nie wieder ausgescheckt. Zu Lebzeiten eine schöne Erscheinung. Eine einheimische Frau aus dem Tal, die ein unglückliches Liebesverhältnis mit einem kaiserlichen Offizier hatte. Es endete für beide mit dem Tod. Vielleicht war es auch deshalb, dass der Verfasser von Sherlock Holmes, Arthur Conan Doyle, als Gast hier war, wie es unter anderem auch Karen Blixen war. Sie besuchte das Hotel in den Jahren zwischen den Kriegen und schrieb hier an ihrer Sammlung von Kurzgeschichten. Wir haben einige Sachen aus Afrika gesammelt, die mit ihr in Verbindung stehen. Wir haben sogar getrocknete Blumen von ihrer afrikanischen Farm. Das Hotel war sehr zerfallen, aber nach der aufwändigen Renovierung steht es wieder stattlich da. Heute kann der Gast sich entscheiden für das rosa Zimmer der holländischen Königin, die Suite mit der Badewanne, in der der deutsche Kaiser badete, oder das Zimmer von Kong Oskar. Ja, und hier ist die Hochzeits-Suite. Es ist unser größtes Zimmer. Auffallend darin ist auch das pompöse Bett. Von dieser Suite haben die Gäste einen besonderen, beeindruckenden Ausblick auf die herrlichen Berge. Diese Berge um Oeje lieben Königin Sonja und der Trainer der norwegischen Fußball-Nationalmannschaft. Auch sie werden von ihnen begeistert sein. Hier können sie sich in faszinierender Umgebung entspannen, erholen. Sie können die Zeit stillstehen lassen. Wir sind auch damals ziemlich stolz geworden, als National Geographic und American Express uns zu den zwölf eigenartigsten Hotels der Welt gezählt haben.